Heyo, hier ist euer Shabby Und so, wie sehe ich gerade aus? Ich habe gerade geduscht Ja, hier ist mein PC Hier ist mein Bett eigentlich, hier ist mein PC Ich bin gerade in Dänemark, zur Info Darum mache ich auch diesen Vlog So Hier ist das Spielzimmer mit der PS2 Wenn man nach draußen guckt sieht man da Da haben wir einen ziemlich großen Garten Trampolin, Rutsche etc So So Ich höre gerade Radio Hier ist noch der Flatstream Fernseher Wir haben auch einen Pool Also Da ist der Whirlpool Ähm Ja Mein Bruder schläft da Hier Ich schlaf da Da schlafen meine Eltern Ach Ich schlafen meine Eltern So Hier ist das Badezimmer Jo Das war's jetzt endlich mit diesem Vlog Und Tschüß Bis zum morgen oder so Tschau tschau